Irgendwie blöd jetzt, wenn ich zu Hause nicht laden kann und am Ende habe ich da einen Briefbeschwerer rumstehen. Das war 2013, also da war hier noch nichts mit Telekom, stellt mich jedes Mal auf den Schnelllader oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist alles scheiße. Wenn sich mein Nachbar ein Porsche kauft, bin ich auch dagegen und trotzdem kauft er sich den. Und ich will meinen Tesla haben. Hallo zusammen, schön, dass das so super geklappt hat. Ich bin selber superglücklich, hier zu sein, denn ich habe leider den letzten und wohl sehr denkwürdigen Stammtisch, den Henning da im Norden organisiert hat, aus thermischen Gründen verpasst. Und dann habe ich mir gesagt, heute darf ich es auf jeden Fall nicht verpassen. Und habe mich eigentlich darauf gefreut, passiv irgendwo in der Ecke zu sitzen und zu gucken. Und irgendwann habe ich auch Programm gelesen, dass mein Name da auftauchte. Und habe mein Name gefragt und gemeint, ja, hast du doch nichts dagegen, oder? Also, ich bin nicht mit der Volker. Ich fahre seit 2013 einen Tesla und auch seit 2013 den gleichen Tesla. Ich habe auch vor, den noch sehr lange zu fahren. Es hätte jetzt eigentlich kein Applaus wert, wenn wir jetzt alle Tesla fahren müssen und am allerwegsten. Es führt sogar dazu, dass man am Ende gar keine Ahnung von Ladeinfrastruktur hat. Also, ich bin eigentlich da völlig falsch, um hier über die Berliner Ladeinfrastruktur zu reden. Denn die interessiert mich natürlich so pro forma, im Smalltalk. Aber so ein richtig intensives, emotionales Verhältnis konnte ich dazu nicht aufbauen. Denn Tesla laden geht einfach immer überall unproblematisch. Und der Vorteil an den Ladepunkten in Berlin für mich ganz persönlich ist natürlich primär, dass man da laden und in der Zeit das Auto auch mal stehen lassen kann, kurz. Das ist, also, insofern habe ich da, sage ich gleich, eben keine so ganz enge emotionale Bindung. Ich gebe aber gerne einen kurzen Überblick. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Berlin. Von mir ganz kurz nur der Abriss. Ich kam also, ich habe 2009 meinen Tesla reserviert. Hier ist es irgendwie zum ersten Mal, es soll ein Elektroauto geben. Das kann, wie ist es damals, 500 Kilometer fahren und in 5 Sekunden von 0,100 beschleunigen. Und soll 50.000 Dollar kosten, Vorsteuern und so weiter. Also, das war sozusagen die Zielmarke, die 2009 im April ausgegeben wurde. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, ob ich mir das dann leisten kann, falls es dieses Elektroauto überhaupt jemals mal gibt. Aber ich will irgendwie dabei sein. Und ich habe also eine Reservierungsanzahlung geleistet. Und habe das Thema dann verfolgt. Und tatsächlich hat Tesla ja auch ein Auto herausgebracht, was 50.000 Dollar kostet und eins, was 500 Kilometer fährt. Das war bloß nicht das gleiche Auto. Aber das ist alles Geschichte. Und meine persönliche Geschichte dabei war aber, wie lade ich das nun? Und ich habe gedacht, kein Problem, ich habe ja einen Tiefgaragen-Stellplatz, da kann man ja eine Ladestattung installieren. Und ich habe meine Hausverwaltung angesprochen. Und die haben gesagt, ja, kein Problem, wir stellen das in der Hausgemeinschaft vor, das Projekt ist, da wird kurz abgenickt und hacken wir. Und so war es dann nicht. In der ersten Versammlung hieß es irgendwie, also war eigentlich das Thema schon durch, wurde mir hinterher berichtet, ich bin selber nur Mieter, ich war nicht dabei, wurde mir hinterher berichtet, ja, das Thema war eigentlich dran. Und dann meinte jemand, ja, aber er hat gehört, die Autos explodieren beim Laden. Und dann haben alle gesagt, ja, nee, also dann können wir vielleicht auch. Und dann habe ich also ein Jahr lang Politik gemacht, ein Jahr lang mich intensiv informiert und habe also Statements eingeholt von Tesla, von Batterieherstellern, von Batterieprüfinstituten, von TÜV, von der Feuerwehr und so weiter. Und habe so eine richtige Broschüre zusammengestellt. Und dann habe ich gesagt, Leute, hier, das ist sicher, das ist wunderbar. Habe möglichst vermieden zu sagen, dass andere Autos ja auch und vielleicht viel besser brennen und Feuerkraften, das ist ja dann nochmal kompetitiv, dann auf die Weise zu agieren. So, und dann hieß es, ja, da haben Sie alles recht, interessiert uns alles auch gar nicht, sicher ist, das glauben wir eh, aber wenn Sie eine kriegen, dann wollen wir auch alle einen. Wir brauchen ein skalierbares Gesamtkonzept. So, also langer Rede, kurzer Sinn, das Ganze hat drei Jahre gedauert. Und ich habe tatsächlich kurz, weil ich ja wirklich einer der Ersten war, auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, der Erste, der jetzt diesen Sprung gemacht hat, habe ich kurz gezögert, soll ich jetzt wirklich ein Elektroauto kaufen? Also ich habe mir schon irgendwie so ein Euro-Hybrid angeguckt und was es damals so alles gab. Und dachte so, hm, also irgendwie blöd jetzt, wenn ich zu Hause nicht laden kann. Und am Ende habe ich da einen Briefbeschwerer rumstehen. Das war 2013, also da war hier noch nichts mit Telekom, stell ich mich jedes Mal auf einen Schnelllader oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist alles scheiße. Wenn sich mein Nachbar ein Porsche kauft, bin ich auch dagegen und trotzdem kaufe er sich den. Und ich will meinen Tesla haben. Und ich habe das dann gemacht und habe dann ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe an einer Ladestation in fußläufiger Entfernung von meiner Wohnung, die kannte ich natürlich im Grunde, aber wer weiß, ob das dann wirklich funktioniert, ja, Stecker und Kabel und Karten und alles. Und ich habe also meinen Tesla gehabt, habe den da angeschlossen, habe eine Karte an die Ladestation gehalten und es floss Strom. Und in dem Moment war alles überhaupt kein Problem mehr. Dann habe ich plötzlich so das Vertrauen gehabt in diese Technik und in die Elektromobilität und es gibt also Standards und die Sachen funktionieren. Jetzt sind wir also viel, viel weiter. Damals gab es in Berlin, jetzt war eine lange Einleitung, bitte das verzeihen, aber jetzt kommen wir also zu Berlin. Damals gab es in Berlin im wesentlichen Ladestationen von Wattenfall und sehr punktuell, muss man sagen, und ein bisschen eher so netzwerkartig gestreut von RWE daraus, was heutzutage Energy ist. Und es gab natürlich auch kein einheitliches Zugangssystem, sondern für jede dieser Station braucht man ein jeweils anderes Zugangssystem. und Berlin hat damals schon lange eigentlich überlegt, wir wollen hier eben Mobilitätshauptstadt werden und wir wollen was machen in Sachen Immobilität. Und zwar Vorreiter natürlich und das Beste und Tollste und also wirklich, wir wollen ein Glanzlicht sein. Und der Effekt davon war, von unserem Anspruch war, dass sie eben lange gar nichts gemacht haben, außer dass diese alten Ladestationen, die Wattenfall und Innojita irgendwann mal aufgestellt haben, dass die halt einfach stehen liegen. Und dann, ich habe gerade noch mal eben nachgeguckt, im April 2015 wurde also die erste Ladestation nach dem Berliner Modell eingeweiht. Inzwischen haben wir einige hundert Stück. Also es hat zwar dann einen sehr Anlauf gehabt, aber es gibt jetzt schon, noch nicht ganz an jeder Ecke, aber es gibt viele Ladestationen nach dem Berliner Modell in Berlin. Und das hatte dann den Effekt, dass es eine Zeit lang kein einziges Zugangssystem gab, mit dem man alle Ladestationen in Berlin bedienen konnte. Denn es gab Innojita, es gab Wattenfall und es gab das Berliner Modell. Und das Berliner Modell hat gesagt, wir geben keine Eigenkarte raus, das ist ja schon mal sehr positiv. Bei uns ist sozusagen Roaming das gleiche wie ein Normalladen, also es gibt nichts, was irgendwie ausgezeichnet ist. Wir wollen Roaming von Anfang an, das ist mal eine sehr gute Idee. Sie haben auch gesagt, wir machen es zur Bedingung, dass alle unsere Ladestationen, alle Ladestationen, die ab sofort in Berlin aufgestellt werden müssen, die müssen mausgrau sein, Ralfarbe mausgrau. Das war der kleinste gemeinsame Männ, den man finden konnte zwischen den verschiedenen Bezirken. Jeder Bezirk hat ja Mitspracherecht, man wollte aber einen einheitlichen Look und Berlin hat natürlich auch viele Denkmalschutzanforderungen und insofern also Mausgrau. Aber das eher anekdotisch technisch spannender ist, jede Ladestation, die aufgestellt wird, muss ein Display haben, damit man den Preis weiß, bevor man legt. Ja, die Idee war gut, alle Ladestationen haben auch ein Display. Ich habe da noch nie einen Preis an der Zeit gesehen, bis heute. Also viele gute Ideen, enorm hoher Anspruch. Aus unerfindlichen Fairness-Gründen oder so, war es auch ausgeschlossen, dass man per App so eine Ladestation aktivieren konnte. Das musste unbedingt ein Kartenmedium, als Zugangsmedium sein, um eine Einheitlichkeit herzustellen. Also der Anspruch ging da so ein bisschen dann auch ins Philosophische und ins Prinzipielle rein und ein bisschen weit weg vom Pragmatischen. Was unter anderem dazu geführt hat, dass es eine Fede gab, eine lang andauernde Kampfhandlung geradezu gerichtlicher Art zwischen RWE, was mittlerweile dann Indogy war, und dem Berliner Senat, weil der Berliner Senat nämlich gesagt hat, eure Lizenz, die Signale aufzustellen, also Standort, wie heißt das Standort? So ein Nutzungsrecht. Nutzungsrecht, sowas, ja, das brauchen wir ja am Straßenrang, ist längst ausgelaufen, das war sowieso vorübergehend. Und ihr erfüllt nicht das Berliner Modell, eure Ladestationen sind nicht im Ausbau, sondern blau, das geht mal gar nicht. Aber insbesondere, sie hatten keine RFA-G-Räder- und Rändisplay. Okay, das war schon ein bisschen relevanter als die Farbe. Und ihr müsst sie jetzt umrüsten. Die Berliner wollten eigentlich nicht, auch der Berliner Senat hat nicht gesagt, baut die ab, wir wollen nicht los sein. Die wollten eigentlich das Energy umrüsten. Aber Energy ist ein großer Konzern, macht das nicht nur in Berlin-Geschäfte, sondern deutschlandweit. Und die haben gesagt, wisst ihr was, wir haben unsere eigene Idee davon, die Ladestation auszusehen hat, und das funktioniert wunderbar, und wir lassen die da stehen. Und wenn ihr wollt, also so nach dem Motto, wenn ihr die abbauen wollt, dann baut sie selber ab. Und also das ging jahrelang hin und her, und jetzt gerade aktuell, deswegen erzähle ich so ausführlich, gab es tatsächlich eine Einigung. Um die Parante vorwegzunehmen, es gibt jetzt in Berlin offiziell im Rahmen des Berliner Modells Ladestationen, die kann man per App aktivieren. Also, so sehen Revolutionen in der Hauptstadt aus. Volker, da geht es mir nicht das Wichtigste. Schön, ja. Sie sind mausgrau. Jetzt, inzwischen sind auch die Energy Stationen mausgrau, auch die Energy Stationen haben einen FID-Reader, und die Energy Stationen haben bis heute kein Differ. Aber, jedenfalls gab es da eine Einigung, und es gibt jetzt, Gott bewahre, tatsächlich eine Mischung von Zugangssystemen in der Hauptstadt. Aber immerhin gibt es Zugangssysteme, also konkret zum Beispiel Plug-Surfing und NewMotion, mit denen man alle Ladestationen in der Hauptstadt nutzen kann. Und es gibt andere, mit denen man halt noch einen Teil davon nutzen kann. Und wen schläuft es denn? Der Berliner Senat macht sich ja da einen schlanken Fuß. Die sagen nämlich, die Kosten mit den Nutzern, mit den Nutzern haben wir ja nichts zu tun, dafür gibt es ja die Roaming-Anbieter, die EMPs. Wir sind ja nur ein CPO, ein Chargepoint-Operator, und die Kosten, die wir an die EMPs berechnen, das sind 39 Cent pro Kilowattstunde für AC und 59 Cent pro Kilowattstunde für DC, stammt der Information gestern. Also das ist jetzt ganz, ganz neu. Zunächst mal gab es einen Minutentarif, da gab es auch lange philosophische Erklärungen, warum das jetzt irgendwie gerechter sei als alles andere. Dann kam das Reichamt und hat gesagt, ihr dürft eigentlich gar nichts abrechnen, weil ihr die Informationen gar nicht reichrechtskonform aus der Ladestation raus transferiert. Und das Ergebnis davon war dann, dass die Ladestationen quasi über Nacht umgestellt wurden auf einen Session-Fee. 6 Euro, egal wie lang, egal wie viel. Und jetzt ist gestern oder vorgestern, habe ich eine Pressemeldung gesehen, seit dem 15.8. wird jetzt tatsächlich Kilowattstunden genommen abgerechnet zu den genannten Preisen an die EMPs. Was jetzt dein EMP von dir will, das weißt du selber, also mein Bau hat einen anderen Tarif als EnBW und EnBW hat einen anderen Tarif als Blacksurfing oder NewMotion. Da muss man sich also dann jeweils das Richtige rauszuholen. Ja, das ist mal so in aller Kürze, hoffe ich, ein Abriss aus Berlin. Ja, das ist mal so in aller Kürze,